Willkommen im Gedankenzoo von Louis St. Delphine. Willkommen in meinem Gedankenzoo. Ich bin Louis St. Delphine oder wie manche mich kennen, Annette Jäger. Ich bin nun ja eine Sammlerin von Lebenserfahrungen und eine Entdeckerin von Stärken. Mein Weg war nicht immer einfach. Ich suchte nach Harmonie und Verständnis, aber oft fand ich das Gegenteil. In diesem Zoo meiner Gedanken lebten viele verschiedene Kreaturen, manche friedlich, andere wild und unberechenbar. Da waren die schüchternen Zweifelmäuse, die ständig an meinem Selbstvertrauen nagten. Und die aufgeregten Sorgenäulen, die in der Dunkelheit der Nacht besonders laut wurden. Ich versuchte, all diese Tiere zu bändigen, zu verstehen, aber es schien ein aussichtsloser Kampf. Jahrelang fühlte ich mich wie eine Zirkusdirektorin ohne Peitsche, hilflos inmitten meines chaotischen Gedankenzoofs. Und die Sturköpfe? Sie halfen mir, meine eigene Beharrlichkeit zu entdecken und für meine Überzeugungen einzustehen. Mit dieser neuen Perspektive begann ich, meinen Gedankenzoo nicht als Hindernis, sondern als Quelle der Weisheit zu sehen. Ich lernte, mit all diesen Teilen meiner selbst in Harmonie zu leben und sie als Werkzeuge für persönliches Wachstum zu nutzen. Nun nutze ich diesen Zoo, um anderen zu helfen. Ich zeige ihnen, wie sie ihre eigenen Gedankentiere zählen können. Mit Seelenflöhen, kleinen animierten Wesen, die ich für jede einzigartige Situation erschaffe, bringe ich Licht in dunkle Ecken. In meiner Community kommen Menschen zusammen, um in einer neuen Qualität des Miteinanders zu wachsen. Wir teilen unsere Erfahrungen, unsere Ängste und unsere Triumphe. Wir lernen voneinander und miteinander. Denn ich habe erkannt, jeder von uns trägt einen einzigartigen Gedankenzoo in sich. Und in jedem dieser Zoos gibt es wunderbare Kreaturen, die nur darauf warten, entdeckt und verstanden zu werden. Meine Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Licht unter dem Scheffel hervorzuholen. Denn jeder kann leuchten, auf seine ganz eigene, besondere Art und Weise. Ich lade dich ein, Teil dieser Reise zu werden. Lass uns gemeinsam eine neue Qualität des Miteinanders erschaffen. Lerne deine inneren Tiere kennen und schätzen. Entdecke die Lektionen, die sie für dich bereithalten und wachse über dich hinaus. Eine Welt, in der wir unsere Schatten nicht fürchten, sondern sie als Teil unserer Ganzheit annehmen. In der wir die natürliche Magie des Lebens erkennen und die Wunder um uns herum wahrnehmen. Denn nur wenn wir uns selbst verstehen und akzeptieren, können wir wahrhaftig mit anderen in Verbindung treten. Also, bist du bereit für diese Reise? Bereit, deinen eigenen Gedankenzoo zu erforschen? Herr, guisst du bereit für das Schatten, wie die Gl constit auf den wir declassenderen.